Hallo, mein Name ist Tobias Voss. Ich bin 36 Jahre alt, verheiratet und habe zwei Kinder. Ich habe Theologie studiert und bin auch promoviert. Und in Hohenturm habe ich mein Vikariat gemacht. Und jetzt kann ich einen tollen Beruf machen. Ich arbeite als Schulseesorger bei der Christlichen Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe. Hier werden Menschen für den Pflegebereich ausgebildet und es finden viele Fort- und Weiterbildungen statt. Für mich ist es wichtig, Menschen zu begleiten, sie zu bestärken und mit ihnen gemeinsam christliche Werte zu entdecken. Themen wie Nachhaltigkeit, Klimagerechtigkeit, soziale Verantwortung. Diese Themen sind für mich wichtig. Und das kann ich hier bei der Christlichen Akademie machen. Dafür bin ich dankbar. Für die Kirche wünsche ich mir, dass sie offen ist, dass sie sich einmischt und auch neue Wege geht. Gerade wenn Menschen mit Christentum gar nicht mal so viel anfangen können. Das ist ein